Die Bundesregierung will den Reisestrom von Terrorverdächtigen in Kampfgebiete wie Syrien oder den Irak eindämmen. Dazu beschäftigt sich das Kabinett heute mit einer Änderung des Passgesetzes. Geplant ist, radikalen Islamisten für bis zu drei Jahre den Personalausweis zu entziehen, um sie an der Ausreise zu hindern. Sie sollen dann ein Ersatzdokument erhalten, mit dem sie Deutschland nicht verlassen dürfen.